Um ein Foto hochzuladen, kann ich jederzeit auf dieses Avatar drauf gehen. Wenn ich drüber gehe, dann sieht man, dass dieses Bearbeiten kommt. Wenn ich da drauf klicke, habe ich die Möglichkeit, ein Foto auszuwählen. Ich habe gerade mal eben schon eins gemacht. Ich sage hochladen, wähle es aus. Ich könnte auch noch hier einen Rahmen ziehen, ich könnte zoomen. Also man hat hier viele Möglichkeiten. Aber es geht jetzt nur einmal um die Funktionalität selber. Und kann sagen, so, das hätte ich gerne. Und dann habe ich mein Profilbild oder mein Foto hochgeladen. Änderung speichern. Es ist gespeichert. So, ich könnte jetzt noch mein Profil zu Ende abschließen. Und zwar könnte ich eventuell noch Mitmieter, Miteigentümer noch einladen. Die hätten dann auch den Vorteil, dass sie automatisch auf Dateien und Dokumente zugreifen können. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich wohne alleine und jetzt bin ich komplett fertig. Hier ist mein Profil nochmal. Und wenn ich hier drauf klicke, oben bin ich wieder auf meiner Pinnwand. Und hier oben, die Schaltgleiche ist jetzt weg, weil mein Profil ist jetzt komplett eingerichtet. Und hier oben. Und da oben.